Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video installieren wir einen JTL-Shop auf unserem eigenen Webspace. Dieses Video richtet sich an Benutzer einer gekauften JTL-Shop-Lizenz oder Benutzer der Community Free Edition. Falls Sie ein Hosting von uns nutzen, müssen Sie sich um die Installation und Updates natürlich nicht kümmern. Als erstes prüfen wir, ob unser Hosting die benötigten Voraussetzungen erfüllt, um einen JTL-Shop zu betreiben. Dafür laden wir ein Prüf-Skript via FTP auf den Webspace und führen es im Webbrowser aus. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, laden wir uns das aktuellste Shop-Paket aus dem Kundencenter herunter und laden es anschließend via FTP auf unseren Webspace. Dann führen wir das Installations-Skript des Shops aus. Während dieses Schrittes legen wir auch alle Passwörter und Zugänge zum Shop fest. Zu guter Letzt binden wir den Shop an JTL-Wawi an und laden unsere erste Kategorie mit Artikeln zum Shop. Bevor wir irgendwas installieren, sollten wir erstmal prüfen, ob wir einen JTL-Shop überhaupt auf unserem Hosting betreiben können. Zusätzlich zur MySQL 5-Datenbank, die wir brauchen, gibt es noch ein paar weitere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Eine detaillierte Übersicht, was ein Hosting erfüllen muss, finden Sie in unserer Online-Dokumentation. Eine komfortable Methode herauszufinden, ob die Konfiguration Ihres Hostings ausreicht, ist unser Prüf-Skript, welches Sie auch in unserer Online-Doku finden. Das Prüf-Skript, wird von uns in einem .zip-Archiv bereitgestellt. Als nächstes besorgen wir uns den Shop selbst. Dafür loggen wir uns als erstes ins Kundencenter ein. Auch für die kostenlose Community-Free-Edition benötigen Sie einen Kundencenter-Zugang. Dafür können Sie sich einfach auf unserer Homepage registrieren. Im Kundencenter wechseln wir zu Lizenzen, JTL-Shop. Falls Sie noch keine Shop-Lizenz haben, einfach auf diesen Button drücken und wir stellen Ihnen eine kostenlose Community-Free-Edition bereit. Sie finden diese dann etwas weiter unten im Kundencenter. Bitte beachten Sie, dass die Community-Free-Edition nicht mehr als 500 Artikel im Shop unterstützt. Und da es eine kostenlose Version ist, Sie ausschließlich Support im Forum erhalten. Mit Aktion Download laden wir dann die aktuellste Shop-Version herunter. Auch der Shop selbst wird in einem .zip-Archiv bereitgestellt. Als nächstes laden wir das Prüf-Skript via FTP zum Webspace hoch. Im Video benutzen wir dafür File-Siller. Bevor wir aber irgendwas hochladen, müssen wir noch sicher gehen, dass als Übertragungstyp binär eingestellt ist. Im File-Siller machen wir das unter Übertragung, Übertragungstyp, Binär. Bevor das Prüf-Skript oder der Shop hochgeladen wird, müssen erst die .zip-Archive entpackt werden. Nach dem Entpacken benennen wir das Verzeichnis vom Prüf-Skript in shop4-systemcheck um. Dann laden wir das Verzeichnis auf unseren Webspace. Nach dem Upload rufen wir das Prüf-Skript mit einem Webbrowser auf. Einfach die URL eingeben, gefolgt von slash shop4-systemcheck. Hier können wir in aller Ruhe kontrollieren, ob alle Voraussetzungen für den Betrieb eines JTL-Shop erfüllt sind. Eine genaue Auflistung können Sie, wie eingangs erwähnt, in unserer Online-Dokumentation nachschlagen. Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu den hier gelisteten Voraussetzungen auch eine MySQL 5 Datenbank benötigen. Erfahrungsgemäß ist eine MySQL Datenbank bei den meisten modernen Hostern standardmäßig mit dabei. Falls eine oder mehrere Systemvoraussetzungen nicht erfüllt sind, müssen Sie sich an Ihren Hoster bzw. Server-Administrator wenden. Jetzt werden wir den Shop zum Webspace hochladen. Dafür öffnen wir das entpackte Shop-Verzeichnis und laden alle Verzeichnisse und Dateien vom Shop direkt ins Verzeichnis der Domain. Nach dem Upload müssen wir sicherstellen, dass die hier genannten Verzeichnisse alle Schreibzugriff erhalten. Wie man das im Fall Silla macht, schauen wir uns gleich anhand der Includes-Config-Datei an. Bei den meisten Hostern reicht eine 755 Berechtigung völlig aus, aber bei manchen Hostern muss die Berechtigung auf 777 umgestellt werden, damit der Shop fehlerfrei läuft. Wir ändern jetzt den Schreibzugriff für die Config-Datei. Dafür wechseln wir in das Verzeichnis Includes. Wir müssen die ausgelieferte Config-Datei umbenennen. Wir entfernen den Punkt Initialeintrag. Nachdem die Datei umbenannt ist, müssen wir ihr für die Dauer der Installation noch vollen Schreibzugriff zuweisen. Also tragen wir die Berechtigung 777 ein und bestätigen mit OK. Jetzt, wo wir die Config-Datei umbenannt haben und allen Verzeichnissen die benötigten Schreibrechte zugewiesen haben, können wir mit der Installation des Shops loslegen. Dafür wechseln wir wieder zu unserem Webbrowser und tragen unsere URL gefolgt von ein, um das Installationsskript des Shops aufzurufen. Im ersten Schritt müssen wir unten die Datenbank angeben, die unser JTL-Shop benutzen soll. Es wird dringend empfohlen, dem Shop seine eigene Datenbank zur Verfügung zu stellen. Sprich, es sollten, wenn möglich, keine anderen Web-Anwendungen die gleiche Datenbank benutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Datenbank-Benutzer auch die notwendigen Berechtigungen besitzt, um in der Datenbank zu arbeiten. Der User benötigt vollen Lese- und Schreibzugriff. Wenn wir alle Verbindungsdaten zur Datenbank eingetragen haben, klicken wir auf Installation starten. Im nächsten Schritt legen wir die Zugangsdaten zum Shop fest. Im oberen Bereich können wir die Zugangsdaten zum Adminbereich des Shops eintragen. Darunter legen wir die Wavi-Verbindungsdaten zum Shop fest. Diese Daten müssen wir später in JTL-Wavi eintragen, um eine Verbindung zwischen Wavi und Shop herzustellen. Wenn wir dann auf Installation abschließen klicken, sind wir mit der Installation fertig. Es öffnet sich eine abschließende Übersicht der gerade eingerichteten Zugangsdaten. Diesmal finden wir die Webshop-Einstellungen für JTL-Wavi ganz oben. Etwas weiter unten sind die Zugangsdaten für den Adminbereich. An dieser Stelle sollten Sie sich diese Daten notieren. Sie können diese Seite aber auch direkt ausdrucken lassen. Jetzt sollten wir die Schreibrechte von der Config-Datei wieder entziehen. Hier sind 644er-Berechtigungen jetzt völlig ausreichend. Als nächsten Schritt verknüpfen wir unsere Shop-URL mit unserer Lizenz. Dafür wechseln wir wieder ins Kundencenter. Diesmal wählen wir bei unserem Shop als Aktion Lizenzdomain ändern aus. In die Textbox tragen wir unsere Shop-Domain ohne führendes HTTP ein. Mit einem Klick auf Domain ändern bestätigen wir die Shop-Domain und wir gehen wieder zurück in die Lizenzübersicht. Hier kopieren wir uns noch den Shop-Lizenz-Key. Wir brauchen ihn gleich, wenn wir die Wavi und Shop verbinden. Das machen wir auch direkt als nächstes. Dafür wechseln wir in der JTL-Wavi zu Online-Shop, Online-Shop-Anbindung. In der Übersicht legen wir dann einen neuen Shop an. Ganz oben tragen wir den eben kopierten Lizenz-Schlüssel vom Shop ein. Den Namen unseres Shops können wir in der Wavi frei wählen. Jeder Shop ist genau einer Firma zugewiesen. Alle Bestellungen werden später über diese Firma abgewickelt. Falls Sie mehrere Firmen in JTL-Wavi eingepflegt haben, müssen Sie hier entscheiden, über welche Firma der Shop läuft. Als nächstes brauchen wir die Daten, die wir uns aus der Shop-Installation notiert haben. Hier tragen wir die Shop-URL, den Benutzernamen und das Kennwort für die Verbindungsdaten ein. Bevor wir die Daten speichern können, müssen wir zunächst die Verbindung testen. Wenn alles korrekt eingetragen wurde, bestätigen wir die Rückmeldung mit einem Klick auf OK. Als nächstes müssen wir festlegen, welche Standardeinstellungen unser Shop verwendet, also welche Währung, Sprache und Kundengruppe standardmäßig im Shop genutzt werden soll. Unser Shop verwendet die Währung Euro, soll auf Deutsch angezeigt werden und bedient die Kundengruppe Endkunden und Händler. Wenn wir die Einstellungen speichern, erhalten wir eine Meldung, dass die Wawi einen Komplettabgleich mit dem Shop durchführen muss, um fehlerfrei zu laufen. Komplettabgleich bedeutet, dass alle Einstellungen sowie alle Artikel, die für den Shop aktiviert wurden, mit allen Bildern zum Shop übertragen werden. Wir bestätigen die Meldung und schließen die Shop-Einstellungen. Jetzt möchten wir unsere erste Kategorie samt Unterkategorien und Artikel zum Shop hochladen. Dafür öffnen wir zunächst die Kategoriedetails mittels Doppelklick. Um die Kategorie für den Shop zu aktivieren, reicht es, die Checkbox unten rechts für den Shop zu markieren. Wir werden gefragt, welche Artikelbilder für den Shop aktiviert werden sollen. Wir lassen alle Ausgabewege ausgewählt und bestätigen mit OK. Wir wollen also möglichst alle Bilder für den Shop übernehmen. Wenn wir die Kategoriedetails jetzt schließen, müssen wir nur noch einen Shop-Abgleich anstoßen, um alle Daten zum Shop zu laden. Wir starten den Abgleich und je nachdem, wie viele Artikel sich in unserer aktivierten Kategorie befinden und wie viele Bilder wir zum Shop hochladen, kann der Abgleich unterschiedlich lange dauern. Wenn der Abgleich durch ist, reloaden wir unseren Shop und sehen, dass die Kategorie inklusive Unterkategorien und Artikel zum Shop geladen wurde. Als letzten Schritt der Installation löschen wir noch das Installationsverzeichnis vom Shop. Falls es bei Ihnen beim Öffnen von SEO-Links, also zum Beispiel beim Öffnen einer Kategorie oder Unterkategorien eines Artikels zu einem Ladefehler kommt, hat das erfahrungsgemäß die folgenden Ursachen. Kontrollieren Sie, ob die Schreibrechte der Verzeichnisse im Shop auch auf alle Unterverzeichnisse mit übertragen wurde. Also zum Beispiel, dass beim Verzeichnis Bilder auch alle Unterverzeichnisse die korrekten Schreibrechte erhalten haben. Falls Ihr Shop in einem Unterverzeichnis installiert ist, muss der RewriteBase-Eintrag in der .htaccess-Datei vom Shop angepasst werden. Hier muss dann gegebenenfalls das Unterverzeichnis angegeben werden, in dem Ihr Shop installiert ist. Ein weiterer Grund für Fehler beim Aufruf von SEO-URLs ist es, dass der Server es voraussetzt, die RewriteBase zu setzen. Dies machen Sie in der .htaccess-Datei, wie hier gezeigt. Die Raute, die standardmäßig in dieser Zeile steht, muss dann entfernt werden, damit der Eintrag greift. Wenn Ihr Shop in keinem Unterverzeichnis liegt, also direkt über Ihre Domain erreichbar ist, wie in diesem Video, dann reicht es, wie hier gezeigt, RewriteBase slash stehen zu haben. Für Suchmaschinen, wie beispielsweise Google, ist es empfohlen, eine Domain-Weiterleitung einzurichten, sodass der Shop nur entweder ohne oder mit www erreichbar ist. Detailliertere Informationen dazu finden Sie in unserer Online-Dokumentation. Jetzt können wir auch das Prüf-Skript von unserem Webspace löschen. Dies war ein Video-Tutorial über die Installation eines JTL-Shop und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Turnover 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017